Feuerspucker Schade, diesmal hat das nicht gemacht Hat er nicht auch Magie, Heilung? Ne, hat er nicht Ja? Ja, er hat das auch Oh nein Pff, war er ernst? Ultros? Nein, wirklich Dies ist unser letzter Kampf Ultros Halt's Maul 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 Ofe, dumme Saal. Bin wir noch nicht tot? Dein Freund sieht überhaupt hässlich aus. Mein Gott. Ich habe getöst. Als ich schon einmal den Kopf nackte. Was? Er brauchte etwas, um seine Zähne zu polisen. WTF? Ich werde irgendwie... Oh Gott. Endlich. Oh nein, jetzt nie ist er. Hm. Was ist denn jetzt noch? Oh Gott. Ich glaube, da müssen wir zuerst diese... ...diese Raketenteile hier zerstören, seine Arme. Ich glaube, ich hoffe, wir sehen uns zuerst. Ich glaube, ich probiere hier. Ich will noch ein paar Malen. Ich komme zum Beispiel. Und jetzt bin ich da. Boah. Ich bin da. Okay, der ist kaputt. Funk-Ago absorbiert Magie. Neu, fünf. Okay, was auch immer. Hm. Was mache ich denn? What the fuck? Mach das Selbstverstörung oder was? Uh-oh. Oh Gott. Oh, knapp. Zerrinnenringe halten. Okay. 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 Musik, ey. Äh, den. So. Äh. Ist eigentlich egal, ne? Ne, nehmen wir von Kohlen. Oh, hier sind sogar Kriegner drauf. Na Zupra. Hm, das ist egal. Glock hat eine ganze Menge gelernt. Gucken. Gefunkeln. Gefunkeln hat er jetzt alles. Na, mach mal. Okay. Okay. Ein Drache. Ein Drache. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Hört auf, hier alle wegzuniesen. Oh, da ist auch ein Sinn. Verging Brache. Das ist von Hohn. Mocha Samen erhalten. Okay. Ist das ein Schwert für Shadow vielleicht? Ne? Ne? Ah, für ihn. Ist das wirklich besser als Sturm? Weil Sturm hat schon eine kleine Fähigkeit eigentlich. Ne, wir benutzen das mal. Weiß nicht, ob er noch nicht daran erinnert, aber die ganze Zeit auch Mocha Samen. Bähmott. Okay. Äh. Im Glück. Bis zum nächsten Mal.